Moin Freunde hier ist euer Vic und wir spielen wieder Elite Dangerous und ab heute mit Horizon und da gibt es eine Technikerin, eine Mechanikerin, eine Engineer und da fliege ich jetzt nämlich hin. Ich habe jetzt, gestern noch ein paar Stunden bin ich so geflogen und bin schon mal auf die Reise gegangen und habe so hier und da nochmal ein bisschen was getestet und ja, wir springen mal wieder ins Schiff und dann gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Ab hier steige ich mal wieder ein, um euch zu zeigen. So, Route müssen wir erstmal nochmal neu berechnen. So, wir gucken uns jetzt mal an. Hier auf der rechten Seite ist jetzt durch Horizon, also die Ingenieure, nicht Techniker oder Mechaniker oder was, sondern Ingenieure freigegeben jetzt und hier bei den Ingenieuren ist die erste hier, Felicity, auch ein merkwürdiger Name, Felicity, Felicitas, so das wäre was. Felicity Farsil, Frameshiftantriebe, Antriebe und Schubdüsen. Sie hatte mir gestern geschrieben, mir geht es um die Erweiterung unseres Wissens um das Universum. Beschaffen Sie mir Meta-Legierungen, um meine Arbeit zu unterstützen. So, das habe ich jetzt noch nicht irgendwo gesehen. Ich hoffe, dass man das auf den Märkten auch als Meta-Legierung direkt so sehen kann. Ich weiß nicht, oder es ist vielleicht auch eine Kategorie, kann ich leider nicht sagen. So, gepinnten Bauplan anzeigen, weiß ich auch noch nicht, was das ist, weil, gibt ja nicht, kann ich nicht auswählen. Auf Galaxiekarte kann ich es aber anzeigen. Gut, und dort ist es, Dekiat, Desiat, wie auch immer. Rote Planen und ich bin schon so weit gereist, also die waren wirklich weit weg, 170, 180 Lichtjahre. Jetzt sind es noch knapp 29 und komme ich auch mit meinem Sprit direkt hin. Und, da fliegen wir hier einmal durch. Das ist immer sehr gewöhnungsbedürftig hier mit der Kameraführung. Da hinten, wo es so hell ist, ist das Zentrum. Da sieht man ja auch ganz, ganz vieles. Das ist sowieso Wahnsinn, ne? Das ist jetzt nur eine Ebene, was hier alles, das sind alles Sonnensysteme, die man bereisen kann. Also das ist, und das ist nur ein Fitzelchen. Ne? Wenn ich jetzt mal hier rausgehe. Ein Riesenuniversum. Na gut, so. Die Daten haben wir also. Das heißt, wir können direkt Gas geben. Und müssen hier weiter. Sieht mal cool aus. Wenn man auf die Sonne guckt. So, wie viele Sprünge haben wir noch? Uah, ich konnte gerade noch kurz sehen. Fünf Sprünge haben wir noch. Und dann sind wir bei der gute Dame. Ich werde mal sehen, dass ich vorher noch mal checke, ob ich hier irgendwo einen Markt finde. In der Systemansicht, wo wir mit Metallregulungen herbekommen. So, ich checke immer neben so einem System. Gucken wir uns die Karte mal an. So, naja, hier ist ja einiges los. Aber nicht so viele Stationen. Planeten ohne Ende. Irgend großes Sonnensystem hier. So, klicken wir hier mal drauf. Wollte ich eigentlich gar nicht als Ziel. Ja doch. So, und da steht jetzt linke Seite. Und bei Handelsdaten, Raffinerie, Abbau, Mineralen, Ligierungen. Nichts mit Ligierungen. Planet mit hohem Metallanteil entdeckt. Okay. Warum ist er jetzt wieder rüber gesprungen? Ich wollte eigentlich nicht. Das wäre ja super, weil das sollen wir ja irgendwie mitbringen. Als dritte und letzte Aufgabe. So, hier haben wir auch Metalligierungen. Tja. Hier haben wir auch nichts dabei. Aber wenn wir jetzt auf dem Weg dahin nichts finden, dann werden wir einfach mal gucken, was sie zu sagen hat. Aber auch schon einiges an Geld gemacht. Wow. Einiges an Geld gemacht durch erforschte, also gefundene Systeme. Weil er scannt ja automatisch, wenn er wieder was Neues findet. Und das können wir dann wieder verkaufen. Verkaufen. Und das bringt natürlich auch echt Kohle rein, muss ich sagen. Ach so, jetzt alles klar. Wir müssen ja auf Canamba. Wir wollten ja nicht hier jetzt hin, sondern wir müssen ja auf der Route weiter. Da kann man hier sehen, Canamba ist also der nächste Wegpunkt auf der Route, die wir berechnet haben, zu der guten Frau. Und hier links dieses Symbol. Das ist das Routensymbol. Das habe ich jetzt zwar nicht ausgewählt, aber es ist trotzdem ja auf der Route vorhanden. Und wenn ich das jetzt anklicke, Ziel auswählen. So. Dann haben wir das auch wieder in dem kleinen Radar links von dem großen Radar. Weil ich kann natürlich zwischendurch was anderes auswählen, um es zu scannen oder was auch immer. Aber, ähm, und die Route bleibt trotzdem bestehen. Solange ich keine neue Route berechne über die Galaxiekarte, bleibt die Route ja im System. Gas geben. Ich bin auch echt gespannt, was die gute Dame dann erzählt. Treibstoff wird jetzt eng. Man sieht rechts, der Balken ist schon sehr weit unten. Und beim nächsten Sprung gehen auch zwei Balken nochmal flöten. Aber laut Routenberechnung komme ich damit ja an. Sollten wir also kein Risiko eingehen. Hoff ich. Sollten wir auch nicht. Hier müssen wir noch ein bisschen herumfliegen. So, hier oben steht jetzt, äh, Unterkontakte, da steht zwei Sprünge noch. Also Cremata und dann kommt schon direkt das Ziel. So. Da ist jetzt eine feindliche Macht. Oh Gott, steht da oben. Das ist so, wir gehören ja der Allianz an. Und die sind natürlich nicht mit jedem befreundet. Aber trotzdem wird man da nicht einfach abgeschossen oder so. Solange man ja selbst friedlich ist und mit denen nicht schlecht gestellt ist, wird man hier auch nicht einfach angegriffen. So, oha, für den letzten Sprung tatsächlich. Äh, ich gucke hier auch nochmal in dem System nach. Wollte ja noch wegen der Meterlegierung gucken. So, was haben die hier? Auch nix dabei. Und hier die Station. Ist auch nichts. Mit Legierung habe ich, äh, in etlichen Systemen noch überhaupt nix gefunden. Naja, vielleicht muss ich auch zuerst zu ihr hin und dann kriege ich weitere Infos. Das kann natürlich auch sein. So. Dann wollen wir mal zum letzten Sprung. Achso, jetzt muss ich erstmal wieder das eigentliche Ziel auswählen. Hier, das ist ja schon das eigentliche Ziel. So, das ist... Drehen. Jetzt ist es hinter uns. Oha, Treibstoff, also... Das ist noch ein kleines Strichlein. Oh, zusehen, dass wir gleich zur ersten Station fliegen. Oha, Treibstoff. So, dann gucken wir uns die kleine Karte an. So, hier ist einiges an Stationen. Steiner Planet. Ja, was jetzt diese Symbole bedeuten, weiß ich leider nicht. Irgendwie gibt's, habe ich hier noch keine Legende gefunden. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall fliegen wir jetzt mal zum ersten. Das scheint ja auch der Größte zu sein und natürlich auf jeden Fall der Naheste. Na, alles gehört auf Föderationen. Die ist halt von der Föderationen. Ziel wählen. Gut. Ja, Föderationen sind natürlich Gegner von der Allianz. Aber das soll uns nicht weiter kümmern. Dann machen wir mal, ähm... Wo ist es ausgewählt? Treibstoffmangel, da komme ich natürlich nicht hin. So. Da, Gara Terminal Super Cruise Assistent. So, jetzt sind sie aktiv. Dann sind wir auch schon gleich da. So, ne? Als erstes erstmal tanken. Ganz wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, bald kommt ja der Bus-Simulator-Release ist leider noch nicht, steht noch nicht fest. Aber da freue ich mich auch schon irre drauf. Ähm, ich kannte den damals vom PC. Und, aber da gab es das noch nicht mit dem Strecken-Editor. Und, aber da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Also ich freue mich da schon riesig drauf. Ähm, werde ich auch von der Sternstunde der erste Bus-Simulator auf PS4, werde ich auch ab der ersten Minute, Sekunde dabei sein. Wenn, ihr auch, da werde ich, äh, denke ich, auch direkt live streamen. Sobald ich es habe. So, ich habe hier jetzt mal, ähm, um das auch mal zu zeigen, habe ich jetzt mal Auto-Landing und Auto-Start aktiviert. So, jetzt müssen wir erst mal Landeerlaubnis anfordern. Jawohl, haben wir. Und wenn man, ähm, Landeerlaubnis hat und man drosselt komplett runter, also den Schub komplett zurücknimmt, dann, äh, macht der Lande-Computer alles automatisch. Ähm, wäre natürlich selber lieber, dass alles anfliegt, macht auch Spaß, wenn man es selber macht. Aber so, ähm, kann man gemütlich nebenbei seinen Kaffee trinken. Gerade noch vorher gescannt worden. Ah, Auto-Landing und, ähm, Autostart geht natürlich schneller, also gerade beim Landen geht es natürlich deutlich schneller, wenn man das automatisch macht. Da man viel unterwegs ist, man reist ja natürlich unheimlich viel. Man fliegt weite Strecken und so, dann ist man ja froh, wenn man so ein bisschen Zeit sparen kann. So, mal gucken, ob sich hier jetzt schon was tut. Hier ist Station Garay Terminal. Willkommen, Kommandant, hier ein Tipp für Sie. Wenn Sie Handelswaren besitzen, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt für den Verkauf. Unsere Wirtschaft boomt. So, aller, allerwichtigst. So, ich habe jetzt auch oben rechts, habe ich jetzt, äh, einen Charakter. Das zeige ich mir jetzt mal eben. Äh, Holomi heißt die Funktion. Und da kann ich mir den Charakter tatsächlich komplett zusammenstellen. Ähm, Körper, Hauttyp. Ich mache mal hier, nur mal um zu zeigen. Ne, kann total unterschiedliche Typen auswählen. Ist super interessant gemacht. Ähm, Haar, Gesicht, Kopf, Accessoires. Einige Sachen muss man, äh, im Shop kaufen. Aber, ähm, ja. Ist schon geil. Auch die Raumanzüge. Also, wenn man irgendwas Spezielleres noch haben will, dann, ähm, Jetzt ist mein Typ weg. Gehen wir mal auf laden. Da ist er. So. Da ist mein Typ. Jawohl. So, Kontakt-Tee. Gehen wir mal zur Obrigkeit. Ist natürlich nix. Gehen wir mal zum Machtkontakt. Das ist aber hier... Mh, Brock Burris. Das ist nicht die gute Dame, die ich suche. Äh, das ist die Jalen Meier. So. Gucken wir mal, ob wir Kartenmaterial loswerden. Ah, Wahnsinn. Hier, für 196.000. Also, das ist, das, äh, durch die Gegend zu reisen und Systeme, ähm, kennenzulernen und zu entdecken, lohnt sich. Jetzt haben wir schon 536.000. Das ist schon krass. Das ist schon krass. So. Dann gibt's ja hier noch die Crew-Launch und dafür muss man aber ein entsprechendes Schiff haben. Dann, ähm, was ein Crew-Schiff ist und dann kann man hier unten noch, ähm, Piloten einstellen. Wie das dann genau funktioniert, weiß ich nicht, aber das testen wir dann, wenn wir mal so ein Crew-Schiff haben. So. Gucken wir mal auf dem Warenmarkt, ob wir hier jetzt irgendwas mit Metalligierungen noch sehen. Das ist natürlich sehr, 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 sehr cool. Nein. Leider nicht. Ich wüsste auch nicht, wie man hier jetzt sucht. Also, das sind auf jeden Fall ja hier die, scheinbar die, ähm, Metalligierungen. Ich denke mal, vielleicht unter Metalle. Das sind natürlich die Kategorien hier. Hm. I don't know. Na gut. Gut, aufgetankt haben wir. Wir gucken uns mal kurz an, ob die hier noch andere Schiffe haben. Das ist ja auch... Hier haben die 15 Schiffe. So, die ersten sind ja immer alle gleich. Ähm, Transporter ist natürlich, der hat natürlich ein großes Ladevolumen. Der hat natürlich hier, das sind ja schon allein, was hier, äh, bei optional ist das. 16, 16, 16, 8, 8. Und nochmal zwei. Das sind 32, 48, ähm, 56, 64, für 66 Teile hat der Platz. Das ist natürlich schon enorm. Da kann man natürlich mal echt große Aufträge annehmen. Also, oder einkaufen, also kaufen, ne, handeln. Das ist natürlich... Also, Handel interessiert mich auf jeden Fall sehr, muss ich sagen. Das, ähm, Kampf werden wir auch sicherlich auf jeden Fall nochmal machen, aber vielleicht dann mal mit einem zweiten Schiff. Aber, ähm, einen großen Transporter wäre schon interessant. Für knapp über eine Million Credits, die Hälfte hätten wir zusammen. So, hier ist schon ein größerer Sprung. Das ist zum Beispiel, der kleinste, ähm, mit Multicrew. Das kleinste Schiff mit Multicrew. Da kann man also, da es ein Multicrew sitzt, da kann man tatsächlich dann noch einen Piloten einstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Sinn macht, das weiß ich nicht, ob man dann sogar mit zwei Schiffen fliegen kann. Also, der Pilot, den man einstellt, I don't know. So, dann geht das schon weiter bei 5 Millionen. Die Vulture. 6,6 Millionen. Erforderlicher föderaler Rang, Feenrich oder Höhe. Ah, okay. Ah ja, das ist speziell von den, von, ah, okay, von der Föderation. Da muss man aber einen bestimmten Rang haben für 14 Millionen. Hier noch wieder ein Transporter. Oh, da interessiert mich mal, wie viel der? Hi, der kann schon mehr. 32, 32, 32, 32, 16, 16. Der hat schon eine Ladung dann, oh gut, kostet auch 17,4 Millionen. Eine Ladung von einer Kapazität von 64 plus 64 sind 128, plus 32, 160. Wow. Nicht schlecht. So, dann haben wir 13 Schifte. Hier braucht man den Rang, äh, Obermacht oder Höhe. Das ist ein Assault-Ship. Ja, das ist ja eher ein Kampf-Ship dann. Hier nochmal, auch ein Gun-Ship. Da muss man Leutnant oder Höhe sein. Aber interessant. Die großen Schäffel muss man dann schon einen höheren Rang haben. Wow. Und als letztes hier auch nochmal ein ganz großer Transporter. und der hat dann, hui, 256, 256, 256, 256, 320, 384, 384, 384, 400, 412 an Kapazität. Hohohohohoho. Na gut, 76,5 Millionen. Krasses Ding. Na gut. So, Kontakte. Haben wir sie hier schon dabei? Brock Burroughs? Nee. Aber weil er ein Symbol war, deswegen dachte ich, da wäre jetzt eventuell etwas. Oder vielleicht immer nur, wenn etwas aktualisiert wird. Dieses Zeichen, was dahinter ist. Ich denke immer, wenn Kontakt dazu gekommen ist. Na gut. So, dann gehen wir hier mal wieder raus. Dann gucken wir uns da mal die nächste Station an. Hier sind wir jetzt. Dann fliegen wir mal da hin. So, wir müssen hier warten, weil andere hier gerade hinausfliegen. Das ist auch mal cool, das so zu sehen. Gut, so, dann wollen wir mal Autostart deaktiviert und wir suchen mal die nächste Station. Also, ja, wir haben ja noch Masse-Sperre. Noch zu nahe hier an der Raumstation. Jetzt geht das hier. Das bringt natürlich nicht so viel. Ich hätte mal So, wo wollen wir hin? Ähm, da sind wir. War das hier die Körtli-Mission, ne? Glaube ich. Ne, jetzt muss ich noch mal auf der Systemkarte gucken. Achso, ich habe den Planeten angeklickt. So. Mal gucken, was ich markiert habe. Mat-Deutsch. Mat-Mati-Uji. Doc. So, da aktivieren wir Super Cruise Assistant. Läuft das automatisch. Also, ich hoffe ja zumindest, dass ich das so richtig verstehe, dass man die dort trifft. Heimatsystem Dikiat. So, und erledigt habe ich. Sie haben aus öffentlichen Informationsquellen von Felicity Forcia erfahren. Das war automatisch. Dann, sie haben Zugang zu Felicity Forcia erhalten, weil sie innerhalb der Pilotenvereinigung mindestens den Rang Speer innehaben. Den bekommt man für Erkunden. Und das Letzte ist, sie haben ihren ersten Auftrag ermöglicht, indem sie eine Einheit Metalligierungen beschafft haben. Bin jetzt halt auch einfach davon ausgegangen, da da steht Heimatsystem Dikiat, dass ich das dorthin bringen soll. Hoffe ich mal. Hoffe ich mal. So, wir können ja mal... Nein, die wollte ich nicht. Okay. Ich wollte noch mal hier rein. Da unten sehe ich Ingenieure Hilfe. Mal gucken. So, Ingenieure sind die gefragtesten Techniker der Galaxie. Ihre Fähigkeiten beim Erstellen und Modifizieren von Schiffsmodulen suchen ihr das Gleiche. Wer die Anforderungen eines bestimmten Ingenieurs erfüllt, erhält eine Einladung in die geheime Werkstatt. Nach Erhalt der Einladung gibt es die entsprechende Werkstatt aufzusuchen, ein kleines Geschenk mitzubringen. Damit gibt es Zugang zu den Grad 1 Modifikationen des Ingenieurs. Basale Modifikationen der Schiffsmodule sind möglich. Okay. Dann bringt das ja eigentlich nur etwas, wenn ich dann auch die Metaligierung dabei habe. Das heißt, darum müsste ich mich definitiv kümmern. So, in der Zwischenzeit mache ich mich da mal schlau, wie oder wo ich die Metaligierung finde. und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Vic. Bye, bye. Bye. Untertitelung des ZDF für funk, 2017